Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bhagavad Darshan, deiner Sendung über die Philosophie und Kultur des Srimad Bhagavatam. Für alle, die neu sind auf meinem Kanal, ich mache schon seit geraumer Zeit diese Serie über das Srimad Bhagavatam und in der lese ich tatsächlich jeden einzelnen Vers und kommentiere den auch. So, nun sind wir schon im 14. Vers des zweiten Kapitels, wir haben schon viele Sendungen hinter uns, damit möchte ich euch eben dieses Buch vorstellen, dieses Srimad Bhagavatam vorstellen und auch euch inspirieren, es selbst zu lesen. Also in meinem Online-Shop kann man es ja kaufen, entweder nur den ersten Teil oder auch das ganze Set, was ich sehr empfehlen kann, weil das Srimad Bhagavatam gilt aus vedischer Sicht als das wichtigste Buch, das wichtigste, was man hören kann, weil es beinhaltet die Wissenschaft der Gotteserkenntnis. Das ist das Thema, die Wissenschaft der Gotteserkenntnis. Es ist für diejenigen, die die Wahrheit, die absolute Wahrheit verstehen möchten, erlernen möchten, erkennen möchten und da ist dieses Buch extrem wichtig und mächtig. Nun, heute lesen wir weiter eben diesen 14. Vers des zweiten Kapitels. Wie immer, ich lese das Sanskrit, die Erläuterung, die Übersetzung und die Erläuterung. Das war der Vers. Also, derjenige, der ernsthaft ist im spirituellen Leben, versteht, dass der Sinn des Lebens darin besteht, das bestmögliche Ziel zu erreichen. Und er gibt sich nicht mit weniger zufrieden, er möchte die spirituelle Realität erreichen. In den Veden wird erklärt, dass die spirituelle Realität eine Welt ist, die Krishna gehört, in der Krishna residiert, in der Gott lebt sozusagen und in der wir auch sein können. Und das ist eine wunderbare, perfekte Welt. Das Srimad Bhagavatam hilft uns auf dem Weg in diese spirituelle Realität. Deshalb ist es sehr wichtig. Und durch das Lesen werden wir Gottes bewusst oder Krishna bewusst. Aus diesem Grund, weil ein Gottgeweiht, ein Tivoti, all das versteht, wird hier gesagt, wenn du das verstehst, dann wirst du immer über Krishna hören, über ihn chanten, in Ruhm preisen, dich an ihn erinnern und ihn verehren. Diese vier Punkte werden erklärt. Über ihn hören, du liest dieses Wissen, du hörst über Krishna, du hörst Vorträge, du bildest dich, du liest eben, durch das Lesen hörst du auch. Und dadurch wird der Geist erhoben und inspiriert, du wirst inspiriert. Was wollen wir mehr als positiv inspiriert werden? Und das erlangen wir, wenn wir hören. Natürlich ist es auch eine Aktion, aber es ist eher passiv. Wir nehmen die spirituelle Information auf und dadurch, durch diese Bildung, Information, werden wir auch inspiriert, es wiederzugeben. Das heißt Kirtan. Kirtitavyash. Das Wort kommt eben von Kirtan. Eigentlich heißt Kirtan singen, rezitieren, chanten und hier eben Ruhm preisen. Dann werden wir das, was wir gehört haben, weil uns das so inspiriert, auch wiedergeben wollen. Und am besten, wenn wir das anderen erzählen, wenn wir anderen von diesen wunderbaren Erfahrungen, die wir hier machen, erzählen. Wenn wir anderen über dieses wunderbare Wissen erzählen, das wir hier gehört haben. Und dann Dya, wir werden darüber meditieren, es wird unseren Geist bewegen, wir werden darüber nachdenken und wirklich meditieren, bis wir auch davon träumen. Wir werden immer über diese spirituellen Themen nachdenken, wenn wir eben viel hören. Wenn wir nur ein bisschen hören, ein bisschen meditieren, dann ist es zu wenig. Wir müssen wirklich unseren Geist konvertieren, unseren Geist reinigen, indem wir diese spirituellen Informationen aufnehmen und die materiellen Informationen ablehnen. Solange wir auch materielle Informationen in Form von Medien, Nachrichten, Filmen, Klangschwingungen, Musik ständig in uns aufnehmen, dann wird unser Geist immer wieder verunreinigt. Und dann sind wir wie der Elefant, der eben dieses berühmt-berüchtigte Bad in dem Staub macht. Also sich den Staub nach einem Bad wieder raufwirft. So bringt das Reinigen nicht so viel. Gleicherweise mögen wir solche Videos sehen, ein paar Zeilen lesen, ein bisschen Mantra-Meditation machen. Aber dann beschäftigen wir uns wieder mit vielen materiellen, ablenkenden Dingen und nehmen wieder materielle Informationen in unseren Geist auf. Aber derjenige, der entschlossen ist, der überzeugt ist, er lehnt jegliche Information ab, die ihm nichts bringt. Die ihm spirituell und in der Hinsicht wirklich nichts bringt. Und dann wird er auch beginnen, Krishna zu verehren. Er wird seinen Tagesablauf in einer Hinsicht auf Krishna abstimmen. Er wird einen Heimaltar haben, auf dem wir das ein Bild geben oder eine Bildgestalt von Krishna. Und er wird alle Tätigkeiten, er versucht, alle Tätigkeiten dann für Krishna zu tun. So in der Hinsicht ist das ein sehr schönes, spirituelles Leben. Ein inspirierendes, positives, optimistisches und glückliches Leben, von dem hier gesprochen wird und das hier empfohlen wird. Und wir sind manchmal noch weit davon entfernt, deshalb müssen wir uns zusammenreißen und sagen, ich möchte so leben und bitte, ich bemühe mich konsequent zu sein. So nun hören wir die Erläuterung von Srila Prabhupada, die auch sehr hilfreich ist für unser Verständnis. Wenn die Erkenntnis der absoluten Wahrheit das endgültige Ziel des Lebens ist, muss diese Erkenntnis unter allen Umständen erlangt werden. Ja. Wenn wir das verstehen, dass es diese absolute Wahrheit gibt, dann muss, wie er sagt, diese unter allen Umständen erlangt werden. Das ist unser Bestreben. Und dann lässt man sich nicht mehr ablenken. Dann weiß man, was man will. Dann weiß man, wofür man da ist. Dann hat man einen wirklichen Sinn. Dann macht das Leben wirklich Sinn. In jeder der oben erwähnten Kasten und Ordnungen des Lebens sind die vier Vorgänge, nämlich Ruhmpreisen, hören, sich erinnern und verehren, die allgemeinen Beschäftigungen. Also im Vers zuvor, also im Video vor diesem, in dieser Serie, haben wir gehört über das Vahn-Ashramer-System, über das vedische Gesellschaftssystem. Und jeder hat da seine Aufgabe und es sind unterschiedliche Aufgaben, aber eine Aufgabe ist für alle gleich. Und diese ist eben die hier beschrieben, die eben hier beschrieben wurde, eben diese spirituellen Handlungen. Die soll jeder tun. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann niemand existieren. Ja, niemand kann glücklich existieren, wenn er nicht diese Grundsätze lebt. Natürlich, dann kommt diese atheistische, theistische Diskussion auf. Na, können Atheisten dann nicht glücklich leben? Hier heißt es eben, ohne diese Grundsätze kann man nicht existieren. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann niemand existieren. Naja, Atheisten, die machen das ja nicht, die existieren ja dennoch. Ja, nach vedischem Wissen werden Menschen, die eben sich nicht an die Harmonie des Universums halten, aber auch nicht unbedingt Fortschritt machen im spirituellen Leben. Und sie mögen vielleicht ihre materielle Situation sogar verbessern können, aber auch letztendlich wieder fallen. Ja, die materielle Natur ist eben so wechselhaft. Da wird es mal besser, mal schlechter. Und in der Hinsicht kann man nicht konstant existieren, weil man sich auf dieser materiellen und deshalb auf dieser zeitweiligen und flackerhaften Position befindet. Wohingegen der spirituelle Mensch durch die Kraft der Spiritualität Fortschritt macht und letztendlich auch die spirituelle Dimension erreicht, die eben stabil ist. Die Tätigkeiten des Lebewesens umfassen Beschäftigungen innerhalb dieser vier Prinzipien. Besonders in der modernen Gesellschaft sind alle Tätigkeiten mehr oder weniger vom Hören und Ruhmpreisen abhängig. Menschen jeder beliebigen Gesellschaftsschicht werden innerhalb kürzester Zeit in der menschlichen Gesellschaft wohlbekannt, wenn sie einfach in den Tageszeitungen zu Recht oder zu Unrecht gepriesen werden. Manchmal werden politische Führer bestimmter Parteien durch Zeitungspropaganda bekannt gemacht und durch diese Methode der Ruhmpreisung wird ein unbedeutender Mann in kurzer Zeit eine bedeutende Persönlichkeit. Doch solche Propaganda, nämlich fälschliche Ruhmpreisung eines ungeeigneten Mannes, kann nichts Gutes zur Folge haben, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Er mag einige zeitweilige Reaktionen auf solche Propaganda geben, aber es ergeben sich keine bleibenden Folgen. Deshalb sind solche Tätigkeiten Zeitverschwendung. Das eigentliche Objekt der Luhpreisung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles Manifestierte um uns geschaffen hat. Okay, bevor ich weiterlese, also Prabhupada sagt, dass diese Prinzipien, ja dieses Hören, dieses Chanten, Ruhmpreisen eben und Erinnern und Verehren ganz natürlich ist. Sogar für in einem nicht-spirituellen Kontext. Und da gibt es das Beispiel hier von einem Mann, der von der Zeitung gepriesen wird, damit die Menschen ihn dann wählen. Also der hat aus irgendeinem Grund, ja wir wissen das ja heutzutage, dass die Medien sehr manipulativ sind und jemand, der da gewählt werden soll, der wird halt hofiert. Und Prabhupada sagt ja, eine unqualifizierte Person kann durch eine solche Propaganda, wie er es hier nennt, so bekannt gemacht werden, dass er eben gewählt wird und Macht bekommt. Aber das sind nur zeitweilige Reaktionen und letztendlich macht das keinen bleibenden Unterschied. Und das ist Zeitverschwendung. Ja, aber Prabhupada möchte eben einfach nur diesen Vergleich bringen, dass jegliche menschliche Handlung irgendwo auch einen spirituellen Ursprung hat oder spirituell verwendet werden kann. Ja. Aber es ist interessant, wie Srila Prabhupada eigentlich dieses Thema schon sehr früh erkannt hat. Also Prabhupada hatte auch materiell den Durchblick, weil das hat er ja hier Anfang der 60er Jahre geschrieben und hat natürlich auch viel miterlebt in Indien und hat viele politische Veränderungen dort mitbekommen. Aber das ist sehr gut erkannt, ja, dass diese Tageszeitungen Menschen hofieren, Ruhm preisen, obwohl sie nicht qualifiziert sind. Und das ist auf jeden Fall heute gang und gäbe. Ich habe das gerade auch am Rande miterlebt bei einer Wahl in Österreich, in einem Bundesland, in Kärnten. Und da gab es eine neue Partei, eine alternative Partei, die vollkommen ignoriert wurde von den Medien, weil die ja Potenzial hatte, den etablierten Parteien Stimmen wegzunehmen, weil das eine sehr neue und sehr in der Hinsicht eine neue Alternative war. Ja, aber die wurde ganz bewusst unterdrückt und auch marginalisiert. So, die Medien heutzutage sind nicht neutral, ja, Pressefreiheit ist nicht gegeben, weil sie schreiben nur das, was die Mächtigen möchten. Denn ja, manchmal tun sie so, als würden sie doch ein bisschen kritisch sein, aber im Grunde sind sie nur der verlängerte Arm der Regierung. Und die Regierung ist nur der verlängerte Arm der Lobbys, die dahinterstehende Reichen und Mächtigen. Und zum Glück ist der Plan nicht ganz so aufgegangen, wie sie das erhofft hatten. Und wir können nur hoffen, dass die Menschen in Zukunft mehr und mehr aufwachen und solche Dinge durchschauen und eben nicht mitspielen. Weil so machtlos sind wir ja zum Glück ja doch nicht. Und so bemerkt das auch Srila Prabhupada. Aber der eigentliche Sinn dieses Verses und dieser Beschäftigung ist das Rumpreisen von Krishna. Und das geht nur, wenn man über Krishna Bescheid weiß, wenn man ihn kennt. Und das lernen wir aus den Büchern, aus dem Srimad Bhagavatam im Besonderen, weil das ist das Buch über Krishna. Hier wird erklärt, wer ist Krishna, was tut er, wie sieht er aus, was sind seine Aktivitäten. Und so kann man ihn wertschätzen, kennenlernen und wertschätzen. Und dann wird man auch Kirtan machen und sehr wunderbaren spirituellen Fortschritt machen. Bis hin, dass diese Tätigkeit, diese spirituelle Tätigkeit uns auch zu tiefer Meditation bringt, zur Absorbierung bringt. Das eigentliche Objekt der Lobpreisung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles Manifestierte um uns geschaffen hat. So das eigentliche Objekt, eigentlich sollte Krishna, die höchste Person, gepriesen werden und nicht die materiellen, die Menschen oder irgendwelche unqualifizierten Menschen noch dazu. So wir sollten als Lob und alle Preisung und allen Lobgesang Krishna widmen. Der, wie Prabhupada sagt, alles Manifestierte um uns geschaffen hat. Die ganze Welt ist von Krishna geschaffen. Die Bäume, die Tiere, Pflanzen, die Kräfte in der Natur, die Sterne, die Planeten, die Galaxien, das ganze Universum, der physische Körper, unser Geist. Alles ist von Krishna geschaffen. Es ist alles sein Plan, seine Idee, seine Schöpfung. Aber er ist so demütig, dass er sich zurückhält und wird dann von den Atheisten angeklagt. Oh, den gibt es ja gar nicht, man sieht ihn ja gar nicht. Wo ist er denn? Hat er sich versteckt. Er ist einfach demütig und möchte sich nicht aufzwingen, sagen, ich habe die Welt für euch geschaffen. Und damit manche auch richtig leben können, muss ich mich zurücknehmen, damit sie ignorant leben können, sozusagen. Aber derjenige, der ihn sehen möchte, der kann ihn sehen. Das ist ganz einfach, ist ganz leicht. Und für diejenigen, die ihn klarer sehen möchten, für die ist besonders dieses Srimad Bhagavatam da, um Gott klarer und besser sehen zu können. Wir haben diese Tatsache vom Anfang des Janmadi Asya-Shloka in diesem Bhagavatam an ausführlich erörtert. So, Janmadi Asya, das sind die ersten Worte dieses Buches und das bedeutet eben, dass alles von Gott kommt. Alles kommt von Krishna. Die Neigung, andere zu preisen oder von anderen zu hören, muss auf das wirkliche Objekt der Ruhmpreisung gelenkt werden. Das höchste Wesen, das wird zu wirklichem Glück führen. Das führt zu wirklichem Glück. Wir wollen andere Lob preisen, wir wollen über andere hören, wir wollen Fans sein von anderen. Wir wollen von Menschen hören, die besser sind als wir, von denen wir lernen können und inspiriert werden. Wir wollen von Helden hören. Aber all das ist fehlgeleitet, weil der größte Held, der größte Freund, der beste von allen, das ist Krishna. Und so wird unsere Neigung wieder, ja fast schon unterhalten zu werden von der Großartigkeit, wird dann vollkommen platziert sein, wenn wir über Krishnas Herrlichkeit und Großartigkeit hören. Und niemand ist besser als Krishna. Krishna hat alles größer und herrlicher und schöner gemacht als jeder andere Mensch. Er ist die absolute Person und so ist das die richtige Ruhmpreisung und das richtige Hören, das uns dann auch zum Glück führt, wie hier Srila Prabhupada sagt. So lasst uns versuchen, Krishna bewusst zu werden, indem wir über ihn hören, über seine Herrlichkeit hören, seine Macht hören und so, wie hier Prabhupada sagt, glücklich werden. Hare Krishna 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 Vielen Dank.